Es hat Raupe. Es hat manchmal auch noch eine Seelbinder dran. Das gibt es in Grau und in Rot. Es gilt die Schnitze, damit wir gut rumfahren mit dem Ski. Es fährt auf den Schnee. Wir fährt es für eine Nacht. Also wie eine Schnitze kann man sagen. Nur dieser ist etwas grösser.